Ich bin Christian Goldschmidt, Bereichsleiter bei Securitas in Bayern. Ich habe mich für Securitas entschieden, weil ich mich auch ganz bewusst für die drei Punkte und deren Wertesysteme entschieden habe. Ehrlichkeit, Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft. Die Fans kommen mit dem Bedürfnis hierher, ein schönes Event zu haben, Spaß zu haben. Und wir sichern die Bereiche ab, damit das auch gewährleistet werden kann. Ein Spieltag beginnt mit dem Aufbau. Das heißt, wir fangen draußen an, alle Absperrmaßnahmen aufzubauen. Wir gehen dann in den Innenbereich rein, wir sperren die Türen auf, wir überprüfen die Sitzflächen nochmal, wir gehen alles nochmal ab und gewährleisten einfach hier, dass alles reibungslos ablaufen kann. Bei Securitas ist besonders, dass wir viele große, schöne Veranstaltungen wie Eishockeyspiele absichern. Wir nehmen die ganzen Emotionen ganz anders wahr und wir erleben das einfach viel intensiver. Ja, 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 ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017